Zwischenresultat, es ist sehr, sehr streng. Ich bin total durch. Ich habe jetzt ein Tattoo hinter mir. Es hat fünf Stunden gedauert und ich bin wirklich in vollen Schmerzen, in fünf Stunden lang. Ich bin sehr erschöpft. Ich bin sehr schmerzempfindlich und habe meinen Körper dann immer bei jedem Schmerz, den ich nicht so voll ertragen konnte, mich so die Muskeln angespannt. Deshalb bin ich jetzt total durch. Ich bin sehr schmerzempfindlich und habe meinen Schmerz, Das war vier Fußballmatchen und so. Aber mit Glücklichkeit bin ich fertig. Sieht sehr sehr gut aus. Jetzt mag es gar nicht mehr aussehen. Ich habe jetzt da was alles eingepackt. Das ist meine hübsche Beine da und da auf die Seite ist das Tattoo. Es deckt auch gleich Narben ab und ein paar Besen reissen von dem, dass ich da mit 18 einen Rucksack so lange getragen habe. Es ist sehr schwer und sehr lang. Jetzt sieht man die Garnieren nicht mehr. Okay, jetzt ruhe ich mir ein bisschen aus. Tschüss, mache ich später Fotos. Ciao, ciao. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.